so weiter geht es heute mit etwas geblieben wir machen heute weiter mit einem kleinen fernfall und zwar gegen einen geist dann fahren wir kurz in die arena hier und freundin ist kein fall hier das teuer nehme ich aber auch mit und sparen die spending freundin fast mit so kann ich kein auto wechseln aha nehmen wir doch den skyline wir haben noch aufgaben über uns mit dem ersten martin aber ich weiß das haben wir das ding hier gegen den akura rsx auf auf und davon heißt es nitrospeed goes bronzer 7269 das auto für nicht 825 825 925 825 925 1025 1125 1225 925 1125 1025 1125 1125 1125 1225 1225 1225 1225 1325 Ich habe noch ein Wettbewerb. Ich muss jetzt noch eine zweite Runde gewinnen, sieht es mir nicht so aus. Ja. 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 Ja gut, ich fahrs auch hier. Also die Aufgabe schon mal geholt, 18 Sekunden habe ich den jetzt gebügelt. So, nächste. Bremsencheck, den haben wir schon mal gefahren. Äh, was haben wir hier oben? Noch ein Drift. Ich hätte da gerne nochmal so einen Time Trial gegen so einen Bot. Äh, gut. Hier sind Drifter. Ich gucke, ob ich hier noch irgendwie was hab. Sind einige Drifte, wenn es noch. Ich fahr nochmal gerade gar keine mehr, außer dass einer da mit dem, mit dem gingen. Ich gucke, dann fahr wir heute ein Rennen. 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 Und damit füllen wir da ein Rennen an. Jetzt müssen wir uns kurz rennen. Jetzt sind auch wieder drei Runden. Warum ausgerechnet dieses Fenni-Guzales heißt? Weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt hier ein bisschen ausfüllen gerade. Das ist jetzt schon wieder die dritte Folge. Und dann geht es wieder weiter. Also es wird jetzt immer mal wieder passieren, dass auch am Wochenende das Fenni kommt. Aber ich habe auch Spaß an dem Fenni-Guzales. Na, einer möchte noch ein bisschen. Wer möchte mir noch folgen? Der oder die Gute ist? Der oder die Gute ist? Ich peh das auch zurück. Da wird es an die Gedürftscheide aufarm machen, aber das dürften wir auch gleich in der nächsten Folge mit sehen. Auch da kann es richtig Kohle verdienen. In der Leistung ist es gut dabei. Da war ich irgendwann auch keine Sorgen, aber wie gesagt, für die jetzt gibt es die Kohle in den nächsten Folgen. Vielleicht haben wir uns doch auf unser Auto, ich weiß es doch nicht. So, ich gehe jetzt in die letzte Runde. Der ist der Verlagentfall und der will er wieder einen Kilometer zurückgefahren. – Das pseudopezif叙iert Ahnung. – Das ist das längst nicht dr electron. meiher – Einta Shortfall auch geht So, das war aber die 350Z hier oder die 370Z. So, dann haben wir es, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, dann sehen wir uns und dann schauen wir mal, dann fahren wir wieder ein bisschen driften. Bis zum nächsten Mal.